Moin Leute, was geht? Ich bin Zoe Flue und heute will ich euch zu einem neuen Video begrüßen. Ähm, heute wieder FNAF. Wer kennt es nicht? Das kennt man schon wieder. Ich schaue bei mir auf YouTube. Ich habe jetzt auf FNAF über Playstation. Vielleicht stream ich da auch mal ein bisschen. Nacht 5. Nacht 2. Ab Nummer. Nicht schwer. Ja, die Telefonguide bräuchte ich eh nicht. So, wir alle kennen schon den lieben guten alten Scootrap. Wenn ich wüsste, wo er ist schon wieder. Oh, wo läuft der schon wieder rum? Die 12 LM? Und kein Animator nicht läuft irgendwo. Irgendwo. Ähm, Leute. Auf jeden Fall. Hier im Bildschirm bei dem Automat da. Wenn da Kika auftaucht, da höre ich mich auf der... So lange kein Echo da ist, ist gut. Hi, Furie. Die Furie kennen wir nicht so zu lieben. Alle. KNon-Dann. Wie lange noch? Wo ist Springtrap, Digga? Ich weiß nicht, wo der ist. Ey, ich weiß ja nicht. Ist das dein Ernst, Digga? Der ist doch schon einmal vorbeigelaufen. Hat das irgendwas zu bedeuten, wenn er zweimal oder so vorbeiläuft? Och, nee, Digga, nee. Ja, toll. Super. 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 Da ist ein Kind. Springtrap. Ein Kind, das braucht dich. Bitte geh hin. Das Kind braucht dich. Ich hab's schon erwartet, dass Springtrap mein Gott. Ich hab's schon erwartet, dass Springtrap mein Gott. Ich hab's heute schon mal von Life gespielt, ja? Und, ähm, auf jeden Fall war das Ding, dass mich erst Chica, äh, nee, erst Fox angegriffen hat. Dann ist Freddy noch den Gang runter. Ähm, dann hat mich noch Chica erwischt. Dann kam Springtrap dazu. Dann hab ich den zweimal weggelockt mit dem Audio. Dann ist der eben wiedergekommen. Irgendwann um 5am hat er mich erwischt. Cool, ich wollte Münzen. Oder jeder kennt das Uchi-Spiel. Und Leute, wenn's bisschen hängt, dann ist es so... So geht dann... Woa, 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 woa... Woa, 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 woa... Wie, ich weiß, ich hab' mir mal meine Schule, aber ich schwie immer zu spät schlafen, diggen. Ich kann nie zu früh schlafen, diggen, ich bin zu früh. Scheiße, ich hätte doch auf den Zug gehen müssen, damit ich die Scherbe, die Gäste. Das verknappt hier. Und jetzt ist es einfach nicht mehr interessant. Jeder spielt nur noch FIFA, Fortnite, Minecraft. Alles hat über Playstation und Zapfelsurfer wird einfach nur noch ignoriert. Ich weiß, ich spiele selber FIFA und alles. Aber Leute, ihr müsst überlegen, das war das erste Spiel, das ich auf dem Handy hatte. Und das allererste Spiel, das ich runtergeladen habe, war Zapfelsurfer. Weil es war das erste Spiel, das ich cool fand. Ich habe das, glaube ich, durch meine Schwester kennengelernt. Und dann habe ich auf jeden Fall, glaube ich, das runtergeladen. Und das war schon mit fünf, da hatte ich... Ne, sieben hatte ich erst mein erstes Handy, Leute. Was heißt das erste? Ich glaube, das ist ein Alter, wo man sein erstes Handy haben darf. Dürfte eigentlich... Finde ich. Finde ich. Jawohl. Und jetzt hat noch ein bisschen... Mit dem Teil hier so... Junge, schaffe ich doch nicht. Ich bin nicht so gut. Geil, Mann. Oh, Digga. Noch ein Schmerzen, wenn man so gerade sitzt. Oh, mein Gott, Ness, Alter. Super, ich komme sie. Ich vermisse diese alten Zeiten. Zapfelsurfer auf meinen Android, Digga. Auf meinen Nokia, Digga. Ich schwöre Nokia. Hier, Nokia geht einfach gar nicht kaputt. Er ist schwöre. Du musst dir kurz anderes Video auf der Playstation machen. Ich schwöre. Komm. höher zu into Yourche. Das ist hoch. Und das ist ohnehin Einheiten. Für mich näher zu spüßen. Naja, Digga, Digga, du musst jetzt so... Oh, Digga! Oh, es ist hell. Oder ich mach mir meine Ideen aus, Digga, damit ich dann schlafen kann, Digga. So, wenn ich jetzt richtig lege, mach ich jetzt noch zwei, drei Runden. Und dann würde ich sagen... Übrigens, Leute, ähm... Schaut bei meinem zweiten Kanal vorbei, Flo, Graz. Ähm... Playstation-Zocker-Kanal. Es wird nur noch ein Dunefils kommen, weil das... Haben meine Freunde sich gewünscht, dass ich vielleicht mal das will. Soll ich mir das machen? Ich danke dir. Ähm... Aber ich habe echt echt gefühlt. Ich hoffe, dass wir gemeinsam dieses Modell von 200 Tausend Arbeitsklub erwarten. Können Sie auch auf dieses Videos kucken, wenn wir noch nach oben sein. Seien wir dasm Mic abonniere, wenn Sie sich irgendwo da unten haben. Hoi... Wo, wo, wo... Ah, nein... Eih, ei, ei... Ich habe mich gehört, dass ich jetzt ein Tier Jetzt schaut mal, wie gut ich das kann Was wollt ihr von mir? Ich kann das endlich gut Halt's Maul Blöde Scheine Noch eine Runde und danach mache ich aus Ne, noch zwei Runden machen wir Warte mal, wie lange nehme ich denn überhaupt schon auf? Zwölf Minuten schon? Ist das schon so lange? Boah, das ist so Lass Christmast to give it ma Lass Christmast Lass... Lass, 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 Lass Okidoki, name in Schwoki Jetzt werden wir es versuchen, jetzt habe Tom meine Wackert, auch den Rekord von dem ersten Platz. Diesmal nicht, mein lieber Zug, Digga. Diesmal kannst du mich nicht überfahren. Noch ein Buchstabe. Hallo. Tschüss. Ich mache mal kurz ein Facecam auf Standards angelegt. Auf Standards angelegt, Digga. Wo man nur die Augen sieht. Auf Standards angelegt, Digga. Ich konnte nicht gehen, Digga. Ja. Schaut mal, da ist mir. Ich muss 20.000 Euro, damit ich vier da bin. Ich kann schon längst den hier nehmen. Den nehmen wir auch nicht. Den nehmen wir auch nicht. Ui. Roboter. Ui. Ui. Ich nehme einen Ninja. Ninja Sky. Ninja Sky. Ninja Sky. Das ist nur was, dass diese Scheißwerbung mich hier wieder aufregt. Hier. Rostik. Du, ich darf mal antippen. Okay. Okay. Halten zum Fahren, ja. Okay. Soll ich hier so einen Parcours fahren, oder was? Die beiden. Waaah, Alter. Eigentlich bin ich voll gut in dem Scheiß, Alter. Was mich ein bisschen wundert, aber... Ja, super bin ich. Ich bin echt gut. Soll ich hier. Noch eine Runde ringen und dann null. So, dann gehen wir. Dann gehe ich nicht schlafen, aber ich schaue die Uhr, ich brauche mein Fernseher dahinter weiter und dann, habe ich ein bisschen mein Fernsehguter rund. Und deswegen alles gut in den Burg. Tja, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Peace. Out, man. Spaß auf Seite. Auf jeden Fall, Leute. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Die, wo wach bleiben können. Die, wo vielleicht irgendwo andersrum schon Ferien wieder haben. Faschingsferien. Und an die schöne Ferien und schönen Abend noch, weil die ja so lange wach bleiben dürfen. Nicht so wie ich. Aber egal, Leute. Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.